Da ist auch jemand Oh Gott, oh Gott, oh Gott, er bleibt einfach auf der Straße stehen, okay Ja, mach dich weg, mach dich weg Guck mal, jetzt ist er da schon Er guckt, er guckt Guckt, wo ist er, der Spoon? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Oh je, oh je Vollautomatik nicht auf Distanz machen, Leute Nicht bei der SCAR Die SCAR ist keine gute Waffe dafür Anscheinend Wow Der ist ja mal überhaupt nicht weit weg Gibt es hier irgendwo Fahrzeuge? Aber da unten läuft auch einer Ach, shit, shit, shit Gott Guck mal, er hat sogar noch auf mich geschossen hier Du hast zuerst geschossen Also Aha Aha Da wissen wir doch jetzt, wo einer ist hier Irgendwo hier so in dem Haus Wahrscheinlich Wahrscheinlich Ach, da unten läuft er sogar Oh, der hat einen Ghillie Der hat einen Ghillie Und eine Dreierwester hat er auch gehabt Weil der hat einen Kopfschuss und Drei Buddy-Treffer überlebt Und da war wahrscheinlich jemand Hm Der hat so ziemlich safe gespielt gerade Das Problem ist, ich hab hier keine Deckung Ja, da hinten Okay, wir haben ihn Na, wer hat den kleinen Kopf da gesehen? Der hat sich einfach perfekt hingestellt, Mann Ah, die haben die Steine hier gefixt Okay Das ist mal eine Sache, die sie gefixt haben Man hört jetzt endlich wieder Sounds hier Ah, guck mal da unten Oh, der hat eine Der hat eine Sniper Irgendwo Was hat der denn da? Sieht aus wie eine MK oder so Nee, das ist eine Großer Das ist eine Großer und eine Scar zusammen Großer und Scar Da oben Ah Shit, wie mach ich das denn jetzt? Muss ich viel hochziehen? Au Das war sogar ein Hit Ich denke mal, das war dann der Typ Der auf mich geballert hat Der war, glaube ich, hinter diesen einen einzelnen Buchstaben Oh Nee Da ist jetzt jemand anderes Ja, keine Ahnung, wo der ist Das ist ein bisschen blöd jetzt gerade Ich muss mich mal hier kurz verstecken und vollboosten Hm, vielleicht hätte ich draufschießen sollen Ah, jetzt Der Winkel ist nicht gut Vielleicht baut er noch einen Unfall oder so Aber Oder steigt jetzt aus Und dann kann ich vielleicht was machen Nee Fährt weiter Hm Das ist ganz gut Der scoutet eigentlich für mich jetzt Der fährt jetzt da hoch Und wenn da Leute ballern Dann weiß ich, okay, da ist irgendjemand Hm Hm Ah, guck mal, da oben Oder? Nee Ich dachte, ich habe gerade irgendwas gesehen So ein Muzzle Flash Oh Die Nate Die lebensrettende Nate gerade Das war mega knapp Das war mega knapp, ey Puh Papas Bun muss sich hier ein bisschen auf das Game konzentrieren Ich hoffe, ihr seid ein bisschen erwachsen genug Da hinten kommt auch noch einer Sehr gut Der hat sogar schon den Baum da genädelt oder was Aus Sicherheit oder wie Ich glaube, der will rüberkommen Ja Der will hier rüber zu mir Was hat der für einen Helm Dreierhelm Hm Er läuft aber komplett in die falsche Richtung Und das denn Was macht er denn? Was macht er denn? Da war nicht mal die Zone Kommt noch einer rein Hm Der Typ da hinten ist wahrscheinlich immer noch an seinem Drop Und an dem An dem Auto Oder es war der Das kann auch sein Ach, schade Hätte ja klappen können Manchmal klappt sowas Wie groß ist denn die Zone? Hm Ich denke mal, das war dann der letzte hier in der Ecke Ne Da kommt noch was War der knapp, ey Oh, war der knapp Gleich mal ein bisschen Fimper noch mitnehmen wieder von dem Typen Der war wirklich sehr, sehr knapp jetzt gerade, der Kill Das werde ich tun Oh shit Da oben Ah Kollegah Kollegah Eine Minute noch Hm Ich werde mich mal schnell vollboosten Der hat leider den Highgrounds Ist auch nicht so geil Aber dafür hat der fast keine Deckung Oh Gott, ey Der wird gleich hier rumkommen, der Typ Ah ja, der ist ja schon Kill Oh Gott, die Poses Ist überhaupt nicht gut Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwie ein bisschen clevere Deckung Shit, 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 shit Ich muss hier weg Sandwich Gefahr Aber ich habe die Zone Das ist gerade mein Vorteil Okay, einer muss irgendwo hier links sein Aber ich glaube, der ist eher so So in der Hütte da So in der Hütte da, oder? Der Stein ist auch nicht Wie hat der mich dann vorhin getroffen? Ich dachte, hier links ist einer Dann war das vielleicht doch die ganze Zeit der Typ da unten Hm Ne, das müsste alles clean sein Boah, guck dir diese Posi an Ich bin einfach auf dem Königsberg hier Da unten läuft einer Ja, ich muss höher ziehen Shit, man Das ist genau das, was ich vermeiden wollte Dass der den Stein da unten kriegt Die sind tot da unten, glaube ich Wow, ich habe den gekillt? Was? Okay Er ist tot Was, eine Nate-Runde heute? Eine Nate nach der anderen Und der untere, der lebt noch Okay Ja, dann muss ich ja eigentlich nur noch hier warten Diese Posi ist einfach OP jetzt gerade, die ich habe Ich habe diesen Felsen Und der Typ muss hier ran Und der hat so gut wie keine Deckung Plus der muss noch bergauf Also Oh, wow, wow Na, mal schauen, ey Dreierhelm, ein Dreierhelm ist ziemlich kaputt, aber Ein Schuss sollte ich noch überleben Einer sollte noch Irgendwo da unten muss er sein Links kann er nicht mehr sein Könnte sein, dass er noch von der Seite pusht Okay, das Da muss ich vielleicht aufpassen Ich glaube, das wird er sogar machen Weil das wäre am logischsten Logischen Das Problem ist, wenn er dann doch noch Deckung hat Dann muss ich halt irgendwann vor Wahrscheinlich wegen der neuen Zone Und dann habe ich ein Problem Hm Hm, 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 hm Nicht so geil, Leute Er hat noch Deckung anscheinend Oder? Ich werde das mal kurz finden Ah, ne, hat er nicht Auf der rechten Seite hat er keine mehr Ich glaube, er ist außerhalb der Zone Was? Hat er unten? Nochmal nen Nate hier Die letzte Nate, Leute Die allerletzte Nate Geht die noch rein Oder geht die nicht rein? Oh, oh Oh, war die süß Oh Hm Also das war mal Ne geile Runde Nice, Leute Nice, nice Oh, die jungle VIP I reached the top And had to stop And that's what's bothering me Oh, das war mal 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 Vielen Dank.